Wenn ihr euren Sonnenschutzauftrag läutet, dann vergesst nicht eure Augenpartie. Das heißt auch unter den Augen und auf den Augenlidern. Die Haut von den Augenlidern ist so dünn und empfindlich, da muss unbedingt Sonnenschutz drauf. Es gibt sogar Fälle, wo Leute Hautkrebs bekommen haben, weil sie ihre Augenlider nicht eingecremt haben. Deswegen Leute, immer schön eincremen. Und natürlich auch Sonnenschutz auf den Lippen.